Raus! Raus! Sag mal! Was machst du denn da? Du stehst nur fürs Licht da. Schaff diesen Idioten hier weg! Wagen Sie es nie wieder, auch nur einen Fuß auf dieses Gelände zu setzen. Wie heißt du? Milo. Emil. Morgen ist der letzte Trete. Dann fliegen wir zurück nach Paris. Berlin ist im Ausnahmezustand. Die haben die Ost-West-Grenze zugemacht. Aber ich muss dringend ans Defer... Treten Sie zurück! Außerdem sitzt sie längst in ihrem Flieger. Sie ist weg. Ich habe die Idee, wie ich Milo wiedersehen kann. Du willst einen Film erstellen? Ja. Das ist wirklich das verrückteste, idiotischste und schönste, was ich je gehört habe. Und was soll das für ein Film sein? Ein ganz kleiner, wenig Aufwand. Ein Prestigeprojekt des Sozialismus. Tja, dann geh ich mal Drehbuch schreiben. Du willst dir alles aufs Spiel setzen, nur um ein Mädchen wiederzusehen. Von dem du gar nicht weißt, ob ich es dich auch wiedersehen will. Das letzte Mal, als wir das gesehen haben, warst du Kleinerstelle mit Hausverbot und jetzt bist du Regisseur. Ich wusste gar nicht, dass du und... Ja. Wenn jemand rausfindet, was du hier absiehst, dann landest du im Knast. Du hast hier nichts zu bieten! In diesem eingemauerten Land! Sie wissen, was sie zu tun haben? Ja. Und bitte! Geh nicht zurück nach Paris. Ich kann nicht hier bleiben. Ich kann es nicht.